Noch ein Versuch. Ich hasse es. Noch ein Versuch zu brauchen. So, und jetzt schießen die auf mich. Die Schweine. Ah, gestochen. Blödes Drecks-Cobra-Dings. So, erledigt. Ah. Ah, hier. Wollen wir mal gucken, ob das diesmal besser funktioniert mit dem Hornissen. Soll doch auf deinen Kopf schießen. Das bringt mehr. Ja. Ha, wenn ich's abbreche, kann ich auf ihn schießen. Ich hab die Mütze vom Kopf geschossen. Links oder rechts? Achso, er legt noch nach. Noch ein Versuch hiermit. Diesmal hat's geklappt. Aber er kommt auch nicht raus. Naja, am besten nervt's mich. Das ist das Wichtigste. Und der hat keine Mütze mehr. So wie Mario. Ach, das war schlecht. Das war auch schlecht. Das war auch schlecht. Na gut, die kommen davor runter. Da verstehe ich, dass sie ihm nichts tun. Ja, Cobra. Irgendwo dahinten müsste er stecken. Beim nächsten Reload werfe ich ihm mal ne Blendgranate rüber. Hab' ja noch zwei, glaub' ich. Was? Warte ab. Na? Links oder rechts? Das war ziemlich schnell. Dumped. Ich hab' wieder die Mütze vom Kopf geschossen. Und einen Headshot verpasst. Diese Schweine, die da hier von hinten schießen? Ja. So. Viel ist nicht mehr. Uh. Mal Cobra. Komm schon. Ich liebe es! So. Geht doch. Warum denn immer so kompliziert machen? Verdammt. Er hat uns gefunden. Nein. Nein! 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 Sie sind für Glück. Wir holen uns wieder. springen wir einfach in ein 20 meter tiefen schacht ohne uns dabei etwas zu tun so da wir den guten ocelot gerade eben halt mit betäubungsmunition erledigt haben ist hier dieses gute stück tieruniform ich zeige sie euch uniform tier tarnuniform pelzmuster man konnte hier noch genau mehr informationen tiger ähnliches gestreiftes tarnmuster wirkungsvoll im wald und wiesenbereich sowie auf erde und schlammigen boden ach so ich muss das auswählen so das war das falsche so eine tarnuniform aus tierhäuten der träger kann mit ruhiger hand mit der pistole ziehen ja der vorteil hierbei ist ihr habt es von vielleicht ab und zu schon mal gemerkt wenn mein stamina nicht ganz voll ist zittert snake mit der pistole und wenn ich die tieruniform trage dann behält er immer eine ruhe ruhige hand ansonsten ist eigentlich zu gut wie nicht zu gebrauchen da sie doch sehr auffällig ist in wüsten gebieten vielleicht schon aber ansonsten größtenteils nicht so wir sind in der höhle wir tragen schwarz auch im gesicht okay weil ich bin genauso viel wie schwarz und da schwarz doof aussieht wobei wir nehmen schwarz wobei hier können wir auch zombie nehmen ja das ist super erschrecken wir die ganzen viecher die hier unten wohnen so davon holen wir uns auch gleich mal ein paar die krabben sind super denn sie schmecken sehr gut und bringen viel stamina glaube ich oder zumindest ein wenig nicht select was haben wir noch so die instant nudeln die können wir eigentlich dann wegwerfen die korallenschlange ist auch doof hornissen ist das ist sehr gut und hier die mangroven krabbe die ist nämlich ziemlich gut eigentlich dafür dass es hier dass sie hier so oft vorkommt so wir befinden uns hier in einer großen großen höhle hier geht es raus jetzt lang im endeffekt erstreckt sich die höhle über mehrere screens und da machen wir beim nächsten mal weiter um uns einen ausgang zu suchen der dann noch versperrt wird von einem end boss welcher habt ihr gerade eigentlich schon gesehen denn die hornissen gehören zu sepain das wird ein ziemlich cooler kampf auch mal also eigentlich wie immer hier wie alle kämpfer ziemlich anders vom ziemlich abseits vom mainstream sage ich mal hat man so noch nicht so großartig gesehen freue mich sehr drauf aber für heute soll es reichen diesmal ist der code gerichtlich gewesen ach genau apropos das kann ich vorher noch machen ein bisschen zeit haben heute noch und ich möchte gern die tarnung auswählen die tier tarnung denn ich glaube der gute siggins sagt auch zu unserer tarnung was wenn er unsere waffen durch hat die wir gerade tragen äh quatscht er über die tarnung die wir gerade tragen und das sind immer ein paar lustige konversationen hey snake remember back at the abandoned factory when you whittled the grip of that 45 down yeah i've never heard of a customization like that before why the grip to fit it with a knife a knife you're gonna keep the knife and the gun both at the ready that's the idea why would you want to do that sometimes a knife works better in close proximity encounters so i equip both at the same time that way i can switch back and forth in an instant bad ass so that's that cqc so noch mal klar 11 5 und cqc ah you're using the survival knife yeah this thing provides me with all the bare essentials i need to survive in the field hey wait what'd you do with the knife i made you that was a work of art it had matches and fish hooks and thread and stuff in the grip sorry to have to tell you this but that thing is useless in a fight no way really yeah when the grip is hollowed out like that there's not as much space to stabilize the blade so the joint between the blade and the grip is weaker that makes it easier to break i get it you're right with your knife you don't have to worry about it breaking no matter how much you swing it around so the important thing is durability man i gotta write this stuff down next time i'll make it so the matches and fish hooks go in the sheath instead hmm snake your face paint is i know it's called zombie zombie what does that mean beats me are you serious you mean you've never heard of zombies nope never you guys don't know anything a zombie is a dead body that's been cursed and brought back to life by a master of black magic supposedly they revite the dead and use them as slaves it's also seen as a kind of punishment people who commit terrible crimes can be forced to labor even after they're dead interesting how do you know all this stuff i saw it in movies like white zombie never seen it nope can't say i have how about plan 9 from outer space no missed it you can't just focus on the things you like all the time you have to expand your horizons try new things you guys need to get out more yeah well anyway that face paint doesn't look all that useful go ahead and wear it if you want but i think you should change too you don't need to change anything why not it makes them look awesome doesn't it look arguing about it isn't going to get us anyway snake you do whatever you want it does make you look cool pattern clothing face paint tactical movements these are the elements of camouflage that will allow you to deceive your enemy to camouflage yourself first press the start button to check out the survival viewer then select camouflage and you'll see two more options face and uniform choose face to apply face paint and uniform to change your field uniform simple really make sure and choose something that will match your surroundings make sure and choose something that will match your surroundings so now say something about ocelots uniform your field uniform is not just a set of threads to wear to get the max effect out of your camouflage you have to correspond with your environment so no matter where you are make sure to choose a camo pattern that lets you blend in ja weiter cover your body is a good start but a bare face will kill even the best camouflage if the situation calls for a high camo index you better break out the face paint to apply face paint select face from the camouflage menu in the survival viewer then choose a face paint that blends bla 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 the camo index look ja wissen wir auch schon i heard you fought against kgb troops in the virtuous mission but this time you're up against spetsnaz spetsnaz is the special forces unit of group the intelligence wing of the soviet defense ministry general staff office spetsnaz troops undergo rigorous training in all types of special ops from assassination and demolition to intelligence gathering that and vogans loaded man his unit is one of the best equipped in the entire soviet union if not the best i heard the enemies you encountered in the virtuous mission were only carrying weapons like ak's and grenades well it ain't that simple anymore in addition to ak's some of the patrols you'll encounter might be equipped with scorpion submachine guns and shotguns the scorpion is even lighter than the ak making it much easier to handle basically a guy with the scorpion is not gonna miss you as often as with an ak the shotgun is a powerful weapon one blast is enough to floor you and you're likely to be seriously wounded watch for that man ja die ak haben wir ja bekommen aufgrund meiner großartigen ausweich aktion beim vorhin beim letzten mal ja die schrot finde kriegen wir glaube ich hier unten sogar in den höhlen bla 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 Gute Idee, aber im Endeffekt kriegt man ja so viel Stamina, wie man möchte. Tja, anscheinend hat er nichts zu sagen zur... ...Kamouflage von Ocelot, was aber sehr seltsam wäre. Da sagt man ja jetzt bloß normale Tipps für Waffen und sonst was. Dies und das, nichts, was finde ich schon wüscht. So, und jetzt wiederholt er sich schon. War Paramedic, die hier was sagt? Nudeln, hm? Instant noodles? Uh-huh. Es wurde in Japan in Japan just recently. Add some hot water and it's ready to eat. It's cheap and can be stored for a long time. And besides, it's delicious. It's like a miracle food. Wow. Speaking of which... Yeah. Are you going to eat that? I was planning on it, yeah. Oh, all right. Is there some reason I shouldn't? No, that's not what I meant. Then what did you mean? I was just going to say that if you weren't going to eat it, you should bring it back to me. I've always wanted to try some. Whatever. Ja, Paramedic stimmt. Die sagt was zu den Sachen, die wir gegessen haben. Noch mehr lustige. Tolle Konversation. It's a venomous snake that originally hails from the Americas. Its venom is a very potent neurotoxin, so don't let it bite you. If you do get bitten, go into the survival viewer right away and use cure to neutralize the poison with a serum injection. The colorful red and black patterns on the coral snake are a warning sign. Apparently, the bright flashy colors and pattern let other animals know that it carries a deadly poison. That keeps them from attacking. There are many animals that mimic the colors of known poisonous animals as a defense. See, by mimicking other poisonous creatures, they increase their chances of survival. There is another non-poisonous snake called the milk snake that borrows its coloring from the coral snake. You're not even listening, are you? No. Na gut, das soll's für heute gewesen sein. Lassen wir uns noch was über einen schönen Film erzählen. Nachdem wir gespeichert haben. Und ja, das war's dann. So, ich sollte anfangen, auch wieder abwechselnd zu speichern. Man weiß ja nie, was schief gehen kann. Beim Let's Playen! Snake, have you seen 007 from Russia with Love? Nah, I don't like those movies. Real spies are nothing like James Bond. It's pure fantasy. Snake, I don't think the major's going to like you saying that. And even though it's fiction, I can't help but comparing myself to Bond. What exactly don't you like about James Bond? I mean, is it the fantastic gadgets? The cars? The guns? Major. Snake, wouldn't you like to have a gun shaped like a pen? What good is a pen gonna do me in the jungle? I'd look like a fool. Then what about a snake-shaped gun? You could make it look like you're grappling with a giant snake and then get a shot in on the enemy while they're distracted. Ha! Okay, now you're being ridiculous. We'll make you a snake-shaped gun that folds up and fits into an attaché case. Will you give it a rest? Oh, I get it. You're worried about how to handle the ladies, aren't you? No! I knew it. Hm, to tell you the truth, I don't like the idea of playing hanky-panky with enemy femme fatales either. But that's part of Bond's appeal. You could learn a thing or two from him. I mean, what about this Eva? What are you planning to do with her? I... I don't even trust her yet. Now, that's not what I mean. You can't let yourself get involved. This is a game of spy versus spy. She's using you just as much as you're using her. I realize that. You've got to grab the initiative. And to do that, you have to get the upper hand in the relationship. That's what a spy is supposed to do. Get the upper hand? I don't think I'm cut out for that mission. Maybe if you change your code name to 00 Snake. Teacher. 007 is the biggest thing to come out of England since the Mayflower. I wouldn't be surprised if they made 20 more of those movies. Didn't you know? The Major is a huge James Bond fan. Don't get him worked up like this. Worked up? Maybe you don't realize this. But now that you've got him started talking about Bond, I'm going to have to listen to and lecture for a whole hour after he gets off the radio. You have my sympathy. It's too bad you can enjoy such a great movie though. I guess I'm just one of those people who can't enjoy Spyflex. So, so viel zu dem Thema. Gut, beim nächsten Mal erkunden wir diese gruselige schwarze Höhle. Wo wir aber auch ein bisschen ein paar Sachen finden, um sie uns ein wenig heller zu machen. So, bis dahin muss ich sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Ich konnte heute auch endlich mal wieder ein bisschen sneaken. Und das hat eigentlich bis auf einen kleinen Patzer wunderbar funktioniert. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Chaos sagt Tschüssi. Tschüssi.